Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, wir bleiben bei der Konjugation. Heute die Konjugation von starken Verben, die ihren Stammbokal in der zweiten und dritten Person Singular nur im Singular verändern. Der Plural bleibt gleich. Wir üben mit dem Verb Sprechen. Ich konjugiere das Verb Sprechen. Ich spreche. Du sprichst. Er, sie, es, spricht. Jetzt zum Plural. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Die Höflichkeitsform auch. Sie sprechen. So, RIMA, nun sind Sie wieder an der Reihe. RIMA, konjugieren Sie jetzt bitte das Verb Sprechen. Ich spreche. Du sprichst. Er, sie, es, spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Sie sprechen. Sehr gut. Sprechen Sie Russisch. Ja, ich spreche Russisch. Russisch ist Ihre Muttersprache. Sprechen Sie auch Französisch? Nein, ich spreche Französisch nicht. Ich spreche nicht Französisch. Ja? Ich spreche nicht. Nicht Französisch. Sprechen Sie Italienisch? Nein, ich spreche nicht Italienisch. Italienisch. Sprechen Sie Englisch? Ja, ich spreche Englisch. Sprechen Sie Englisch gut? Ja, ich spreche Englisch gut. Sehr gut, RIMA. Danke.